Eine gute und absolut wichtige Frage ist, an welchem Tag fahre ich am besten in den Europapark? Und weil ich keine Seite gefunden habe, die das mal gut zusammenfasst und auch sonst nichts dazu gefunden habe, dachte ich mir, mache ich es selbst. Also habe ich eine Homepage erstellt mit einem Europapark-Kalender, das ist unten in der Beschreibung verlinkt. Es gibt zwei Hauptanhaltspunkte, welchen Tag man wählen sollte für den Europapark. Und man kann beides miteinander verbinden oder auch nur eins von den beiden machen. Wenn es dir möglich ist, dann gibt es einige magische Wochen im Jahr, wo es sich empfiehlt, an einem Dienstag oder an einem Donnerstag in den Europapark zu fahren, weil an diesen Tagen sind keinerlei Ferien in Deutschland, Frankreich, der Schweiz, Österreich und weiteren umliegenden Ländern. Und an Dienstag oder Donnerstag sind die besten Wochentage für den Europapark. Das ist das zweite Kriterium. Wenn man jetzt nicht genau diese magischen Wochen wählen kann, es sind ungefähr so vier jedes Jahr, wo man wirklich komplett ferienlose Zeit in den kompletten umliegenden Ländern hat, dann kann man wenigstens noch den besten Wochentag wählen. Und wenn man beides zusammenbringt, dann hat man natürlich den größten Nutzen und größten Spaß im Europapark, wartet an meiner Erfahrung nach an den meisten Achterbahnen maximal fünf bis zehn Minuten. Während ja beim falschen Tag oder in der falschen Woche man durchaus auch mal 90 Minuten oder zwei Stunden wartet. Und zumindest mir macht das keinen Spaß. Warum Dienstag und Mittwoch? Naja, Samstag, Sonntag ist klar, da haben die meisten Leute frei und fahren deshalb da. Wenn allerdings jemand frei nimmt, nimmt er am ersten, am Montag oder am Freitag frei. Das heißt, man merkt es enorm, dass am Montag und am Freitag mehr los ist als am Dienstag und Donnerstag. Jetzt natürlich die große Frage, warum denn nicht am Mittwoch? Am Mittwoch kann man theoretisch auch fahren. Man hat nur einen Nachteil, dass es manche Gebiete in Frankreich gibt, wo Mittwochnachmittag schulfrei ist. Und klar, die gehen dann natürlich gerne Mittwochnachmittag. Also der volle Kalender, der diesen beiden Systematiken folgt, ist unten. Zusammengefasst, es gibt einige magische Wochen, wo keinerlei Schulferien im Umland sind. Und Dienstag und Donnerstag sind mit Abstand die besten Tage. Ich habe das mal ausgetestet, bin eigentlich unabsichtlich an den Montag gegangen, hätte es mir aber denken können. Und das merkt man genauso wie am Freitag enorm. Ich hoffe, das Video hat geholfen. Viel Spaß!